Wir haben im Auto aus Rostock eine richtig tolle Herbstaktion und zwar die bekannte Spezifikationswoche. Sie können sich einen freikonfigurierten Tiguan Allspace, den Touareg oder den Arteon Shooting Brake freikonfigurieren und das Ganze mit bis zu 24 Prozent Rabatt bis zum 13.10. Und ein besonderes Highlight ist, dass selbst der nagelneue Arteon Shooting Brake mit in der Aktion ist.